hallo und herzlich willkommen das war wieder bei fontaine of youth und diesmal ohne cam ich versuche nämlich jetzt mal ein paar let's plays mal ohne cam zu gehen mal gucken wie das so ankommt vielleicht könnt ihr mir da ein klein bisschen feedback da lassen wie das so ist mit cam oder ohne cam ich finde es eigentlich beides ganz okay und zumal kommt dazu dass ich nur noch ein grünes t-shirt hier habe die ich gerade anziehen kann und das ist bei der cam gerade ein bisschen blöd aber ist ja nicht so schlimm wir machen jetzt erstmal diese woche ohne cam und dann werde ich mal gucken was ihr so dazu sagt und werde mal so ein bisschen ermitteln wie das ankommt dazu kommt ich habe ein bisschen gedanken gemacht und zwar hätte ich normalerweise was geil wäre hier zwischen eine leiter nach oben das wäre sogar wenn hier eine luke wäre oder einfach nur eine luke und eine leiter nach oben normale leiter aber man kann leider nur ein stück hier weg machen ein ganzes stück und da dann eine leite oder treppe hin machen von daher weiß ich gerade nicht wo ich die treppe nach oben machen soll weil ich werde gerne ich gehe mal kurz raus möchte es zeigen noch gerne der zweite etage drauf machen und auf der anderen seite noch ein balkon so dass man da noch was hat zum hinsetzen oder sonst etwas ein bisschen auschillen und sowas das hätte ich schon gerne aber irgendwie oder mal hier fehlt hier noch eine treppe fällt mir gerade mal so auf was soll ich sogar sagen hier fehlt noch eine treppe die setzt sich mal eben wieso geht das nicht warte mal weg mal die tür zu vielleicht deswegen ich drücke mal die rechte maustaste wegen station wegen die menschen diese noch weg nein noch weg einmal dieses baumeisterwerkzeug und einen langen stock ich hoffe ich bin laut genug in dem regen aber ich glaube schon ich muss mal die sachen weg räumen da muss ich mir auch noch was überlegen lang stock habe ich noch dann fehlt noch wie mache ich doch mal die die werkzeug dinge mache ich die hier oder mache ich die hier oder mal an baum stammdienst genau habe ich noch baum stammt nein das heißt muss erst mal ein paar baum stemmen holen dann hole ich nämlich direkt alle im moment ich bin glaube ich voll überladen was ist denn jetzt los ist meine tasche hin das ist meine tasche kaputt erstmal los und machen wir das ding weg hier habe ich noch nie da habe ich noch nie da hier habe ich ja noch drei das ist in ordnung kann ich doch noch beim bauen hier habe ich kein leder drin da nein jetzt bin ich überladen von dem von den drei dingern und der haut hier noch drin schweinhaut schalkhaut und das ist nur die verarbeitete haut ist der jetzt fertig naja und dann muss ich mal zum gerber dinge muss mal gucken das muss ich aber upgraden glaube ich ne das muss ich upgraden und das heißt ich kann doch oder habe ich nicht schon gebaut oder war das im anderen sorry dass ich hier gerade so unaufgeräumt hier bin ich habe noch keine gebaut okay da brauche ich jetzt erstmal die hier wenn es gehen würde ich keine tasche die kann dann erst mal hier rüber und das kann erst mal hier rüber was ich mein konto machen würde ich die hier rein kriege die kann dann wieder dann kann das hier das messer kann weg weil ich mir jetzt erst mal ein anderes messer machen und die treppe fertig so gut dann werde ich mir hier erst mal eine obsidian klinge herstellen warte mal ich mache mir direkt zwei gucke ich nehme ich einmal ob ich den hierher kriege einen langen und ein seil das hatte ich hier noch drinnen irgendwo das seil das ist dieses seil das will ich jetzt nicht haben man die warte mal das klingt nicht hier rein das kommt hier mit rein ein ganz normales seil habe ich gerade eben doch irgendwo gesehen habe ich das ganz normale seil der jetzt hin ein ganz normales seil bin überladen die kommen noch hier hin dann dann würde brauche ich ja warte mal das heißt eins davon warte mal ich habe das doch noch drin brauche ich da kann es von hier draußen nehmen aber die ich hier brauche ich einmal tschuldigung dann mache ich mir nämlich den sperr und das messer dafür brauche ich dann erst mal den schaft ein vorteilspunkt gemerkt den mache ich so in der dine inventar steiner was kaputt dann wie viel ist überladen ganz schön viel könnte mal die 13 knochen ja ausschmeißen die knochen tue ich mit hier rein weil das ja auch leder und so ein tier zeugs ist dann ist ja klar die muss ich reparieren habe ich hier noch einen losen stein drinnen kann ich denn nämlich reparieren wo santa 82 kleine steine ok dann kann der doch wieder raus ich habe dann mal braucht die dicken doch dafür so den krieg dann direkt wieder warum der die nicht direkt wieder rein tut frage ich mich auch immer muss aber erst mal schlafen und wir müssen jagen gehen da ist mein bett müssen definitiv jagen gehen wir trinken habe ich hier noch drin 0 das ist sehr wenig da müssen wir auch noch nach nachbessern da muss man so drei vier stück davon ausstellen was wollte ich doch machen ich wollte erstens noch ein paar kisten hinstellen die zwei lasse ich hier und dann werde ich neben denen hier auch noch welche hinstellen weil da steht ja schon eins eine kiste dann kommt hier noch eine hin und hier noch eine hin da muss ich auch gucken wie ich hätte ja sogar noch extra gerne einen raum hier gemacht so zu seiner sonderte so eine raumtrennung ist irgendwo hier mag ich drück mal rechte maustaste bin ich blöd nur hier aber die ganzen sachen die ich jetzt dann reden werde müsste die kann ich nicht upgraden wenn ihr schon abredet die ist auch nicht abzuwählen und die auch nicht okay dann kann ich das könnte ich das eigentlich machen immer einzelne räume dafür dafür bauen okay es geht doch nicht aus irgendwelchen gründen auch immer warum geht das nicht warum kann ich nur so ein paar in raum bauen nicht hier wahrscheinlich war hier die wand ist und das ist die mitte des dingens haben zwar auch nicht schlecht gemacht aber dann sollten die am besten noch eine halbe wand machen weil dann nützt das auch was weil so nützt das nix da ist langt mit also zähl ich ja dann war das machen wir später kommt zuerst will ich mal jagen dafür mache ich den dahin und tue den hier rüber dann tue ich habe ich sonst kein messer gehabt das war das ja er ist da drin noch ein feier könnten eigentlich doch noch ein feier herstellen immer mal fünfter raus dann habe ich noch feile federn gucken kann ich die jetzt noch mal genau kann ich die feile hier ja hapune wo sind die feile wo baue ich den feile im inventar aqua schildkröten mörser aber dann muss ich dann auch noch machen feile 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 da stein feile knochen feile dass das und von denen nach welcher hier kommt erst wieder hier also 234 haben wir erst mal fünf so ist es war dann haben wir das schon mal weil ich brauche unbedingt ein bisschen neues getieren neues dienst hier nein nicht das neues neues fleisch und ich brauche ein trockener und zwar ich hatte ich da werden schon eingebaut aber anscheinend wird doch nicht wird heute ein bisschen bauen und so ne die hydrat und kommt die tour hier mit bei 242 ein habe ich davon noch würde ich schon mal rein weil wenn du wenig überladen macht hier nichts drin hier habe ich keine drin da zwei gut da noch zwei seine muss ich noch herstellen wahrscheinlich das ding seide und dann brauchen wir noch holz ganz viel neues holz die drei lasse ich mal dann baue ich die mal ab hier wir bringen die immer an fünf und hier ist jetzt auch nicht so viel erst mal die und dann machen wir das wieder so oder was entschuldigung du musst was trinken mein freund äh wo ist denn mein trinken da so die brauche ich so ab und den hier auch über die falsche taste da da muss ich erst mal zurück dann müssen wir noch ein bisschen schlafen wo zuerst war ich noch das brett und macht dann den ding da fertig und dann müssen wir gleich sobald wir das fertig haben und aufgewertet haben so schnell wie möglich ein bisschen jagen gehen gut dass man die wichtigste zeigen da das heißt die ein brauchen wir auch nur so haben wir den schon mal ein neuer bauplan freigeschaltet können wir nämlich jetzt fleisch und pilze trocknen aber ich würde gerne das noch so weit upgraden dass ich das was bei drei sachen reinpasst auf einmal vielleicht sogar vier brauchen wir noch einen seil kurz gucken dass ich die hier rein mache ach guck mal wir haben zwei jetzt sogar okay das war ein fail von mir tun wir das hier rein so lange das gute die tun wir hier rein dass den feuerstein halte ich so wieder von hühner hat es hier einmal den hier und dann machen wir sondern jetzt man könnte dann jetzt ein bisschen mehr bauen aber das ist nicht so wild zwei lange stücke brauchte ich doch ne hier schon wieder zwei seile so ich mir das auch nicht merken kann ein seil ein seil war das unausgeschlafen hat es nicht gerade geregnet denn sie die wem nichts wird zu essen da deswegen muss das jetzt so schnell wie möglich gehen vier stunden da war ein bisschen länger so da könnten wir jetzt zwei stück reintun wenn ich jetzt nochmal upgrade dann können wir direkt drei stück rein machen und insoweit habe ich das ja auch alles die materialien von daher nutzen was auch direkt aus hier bin wir den hier genau ein schiff das wird auch noch bauen später so vier und zwei dann machen wir wieder hier einmal geteilten bretter und gleich ist mal wieder ein bisschen weiter ich hoffe das ist für euch nicht so wild wenn ich hier ein bisschen rum baue und sowas wollte ja auch sehen so das kann nämlich drei und das heißt ich kann jetzt jagen gehen ich muss aber erst mal gucken wie viele habe ich denn zählen also macht man immer zwei feile naja hier ist ja und dann gehe ich nämlich mal gucken ob ich das will schweine erwischen oder die will schweine ich kann ja noch mal gucken ob ich hier was dazu machen das hier ist schon aufs höchste dann ist das hier krankheiten gifte durst regulierung das werde ich gerne machen und da möchte ich doch einen mehr das hier ist lernen ach das ich muss aber zurück weil ich habe jetzt gerade gemerkt ich muss ja die kiste mitnehmen ach ja ich habe die kiste vergessen wägel schon damit ich auch alles verstauen kann ist nicht hier dadurch ja ja ich ja gut ich bin ja ich bin gleich wieder weg so hier vorne werde ich tatsächlich noch ein bisschen was verändern nachher also mit der zeit ich möchte euch jetzt nicht alles nach und nach auflasten warte mal hier haben war das hier und das hier und dies durch immer hier rein und das fleisch auch trägt schon mal da habe ich nämlich zwei stück kann ich direkt schon rein trocknen das ist nämlich sehr schön zweimal haben wir nämlich schon mal zweimal so und ich muss dann später wahrscheinlich als grillen habe ich bin ich natürlich wieder losgegangen ohne das ding hier dass ich mal eben lehren muss jetzt bräuchte man eine futter ding ist aber das werde ich dann wohl hier rein tun die das hier zum beispiel und hatte ich da sonst noch was aber hier kann noch die hier rein jetzt mal ein feuer hin da muss ich mich mal etwas gucken pilz zeug habe ich doch gar nicht hier gebrückte brot frucht fisch angel muss ich nämlich auch noch das hier rein das kommt erstmal hier rein und das auch was wollte ich jetzt hier mal rein machen nix das hier wollte ich hier rein machen hier rein und dann das nach draußen bin glaube ich auch nicht mehr wirklich hier das heißt ich müsste die mal nachschustern aber bei ihm ist das problem wie ich finde der nimmt so viel weg inhalt sauberes wasser also da hier dann nimmt der macht nicht sehr viel muss ich sagen aber da muss ich trotzdem was machen weil ich brauche unbedingt wieder wasser wasser futter 1 2 sind jetzt in der mache von daher ist es schon mal nicht schlecht da gehen wir noch ein bisschen jagen und dann jagen tue ich jetzt alleine und wir sehen uns morgen in der nächsten folge ihr könnt ihr gerne mal leichter lassen mit dem oder ein oder einfach nur kommentar da lassen die ihr euch das gefällt mit denen mit kämen oder ohne kämen ich bevorzuge beides einfach nur von daher richtig ich mich da nach euch und hoffe dass da auch ein bisschen was an reaktion kommt weil es gibt leute die gucken nur ein paar minütchen rein und deswegen hoffe ich immer noch ein bisschen dass die mal was dazu schreiben ob es denen gefällt oder nicht weil man kann ja seine meinung äußern ist ja alles gut ich bin auch für jede meinung offen also schreibt gerne rein ich bin auch nicht böse also bis morgen dann ich wünsche euch einen angenehmen abend tag oder morgen oder sonst auch immer gehabt euch wohl euer wobra ciao